Er ist grau, grießgrämig und lässt sich nicht an der Nase herumführen, Hauptkommissar Richard Voss, der den meisten wohl nur als der Alte bekannt ist. In München und Umgebung jagt er Verbrecher und löst die schwierigsten Kriminalfälle. Aber wer steckt eigentlich hinter der Rolle des knallharten Kommissars? Es ist der sympathische Schauspieler Jan Gregor Kremp, der hinter den Kulissen gar nicht so kühl und eisern wirkt, wie die Rolle, die er seit 2012 in der ZDF-Serie spielt. Die Liebe zur Schauspielerei teilt der 58-Jährige mit seiner prominenten Ehefrau Johanna Gasdorf. Die Schauspielerin ist vor allem durch den Film Das Wunder von Bären bekannt geworden. Seit über 20 Jahren ist das Paar verheiratet, lebt in Leverkusen und hat einen erwachsenen Sohn namens Leo. Neben der Schauspielerei engagieren sich Jan Gregor Kremp und Johanna Gasdorf ehrenamtlich und halten Lesungen im Hospiz. Das Promi-Paar hat also nicht nur eine große Liebe für die Schauspielerei, sondern auch ein großes Herz für seine Mitmenschen. Das ist ein ganzes Herz für seine Mitmenschen. Vielen Dank.